Herzlich Willkommen auf der Trinktec 2017. Herzlich Willkommen bei Klüber Lubrication in der Halle A3 am Stand 332. Als Innovationsthema haben wir wasserbasierende Schmierstoffe und in einem ersten Schritt fokussieren wir uns auf die Bandschmierung in der Getränkeindustrie. Der Vorteil unserer Klüber Plus C2 Serie ist geringe Schmiermengen, weniger Rückstandsbildung und das wiederum hat einen positiven Einfluss auf die Hygiene in einem Betrieb. Ein entscheidendes Thema ist unser TPM Toolkit, Total Productive Maintenance. Hier gehen wir gezielt auf die Leute an den Linien ein, um diese zu schulen. Außerdem stellen wir auch noch unseren Klüber Efficiency Manager vor. Das ist unsere aktuelle Software zum Abbilden von Produktionsprozessen. Bei Mojo Moor sprechen wir von Spuren von Mineralölen. Dabei unterscheiden wir gesättigte Kohlenwasserstoffe und aromatische Kohlenwasserstoffe. Und diese sollten in keinem Fall in den menschlichen Körper gelangen, weil sie eben Schädigungen hervorrufen können. Stellen wir uns ein Worst-Case-Szenario vor, Rückholaktion aus dem Markt für ein Produkt. Und was bedeutet das für eine Firma? Ich glaube, hier muss man nicht näher die Thematik erläutern. Marktschädigung, im Worst-Case vielleicht sogar Sperren des Betriebs. Wir unterstützen unsere Kunden mit unseren Spezialschmierstoffen, weil wir bei der Produktion auf höchste Qualität und Reinheit achten. Wir freuen uns bereits jetzt auf interessante Kundengespräche. Wir freuen uns, bis zum nächsten Mal.